Liebe Freunde der Malerei, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Rainer Hillebrand und ich befasse mich seit mehr als zwölf Jahren mit der Kunst der alten Meister. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich meine Kenntnisse und Gedanken zur Malerei mit Hilfe von Malvorführungen weitergeben. Monatlich produziere ich die Filme für das Fernsehprogramm bei NR Vision und stelle sie anschließend hier auf YouTube vor. Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten und vergessen Sie nicht auf Abonnieren zu klicken, damit Sie über jeden neuen Beitrag informiert werden. Viel Spaß dabei! Sollten Sie Fragen haben, versäumen Sie nicht uns zu kontaktieren. Sie können das über die hier angezeigten Internetseiten tun. Bis dann, auf Wiedersehen!